Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, die sehr bekannt ist, aus Lukas 9, Vers 23. Der Herr Jesus hat ja der Gemeinde und auch dem auserwählten Volk immer wieder Grundpfeiler und, ich sag's nochmal so, zentrale Wahrheiten nahegebracht, sodass sie verstehen konnten. Und eine der zentralsten Wahrheiten, die wir hier haben, ist vielleicht etwas, was man sehr gerne überliest oder sehr gerne, wie soll ich sagen, als Gewohnheit annimmt, aber es steckt was drin, das man einfach übersieht. Er sagt hier in Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da kommt ein Wort. Es ist interessant, wenn man zum Beispiel eine Bibel kauft und hinter das Glossar anguckt, dann hat man ganz viele Begriffserklärungen. Aber seltsamerweise ist dieser Begriff nicht erklärt. Das ist scheinbar ein Wort, das keine Rolle spielt. Und das ist das, was hier so einfach dazwischen steht. Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, da sagt die Bibel was ganz einfaches. Sie sagt, Selbstverleugnung ist eines der zentralen Thema der Nachfolge Jesu. Und das in Verbindung mit dem Kreuz auf sich zu nehmen, das ist so, dass der Jesus sagt, das ist etwas, das wir täglich tun müssen. Jetzt kommen natürlich in unsere Bibel, in unsere Glossars, das sind Leute, die haben eine geistlich-theologische Vorstellung. Jetzt, wenn die Selbstverleugnung für solche Leute keine Rolle spielt, das sind oft sehr studierte Leute, dann ist halt das Wort Selbstverleugnung nicht da. Das spielt ja keine Rolle. Und das ist etwas, das mich doch erschüttert. Bei dem Punkt geht es ja jetzt nicht um die Errettung. Das hat der Herr Jesus deutlich zum Ausdruck gebracht, als er sagte, wer das Evangelium nicht annimmt wie ihr Kind, wer die Erlösung als Bedürftiger nicht annimmt, die Reinigung durch Jesu Blut, der kann nicht gerettet werden. Und dann, dieser Akt der Gnade, wenn der Vater zum Sohne zieht, wenn der Heilige Geist mein Herz bereitet, dass dann die Frage kommt, ja oder nein, wo ich nur noch reagieren muss und der Herr Jesus annehmen muss, das ist ein Thema für sich. Aber dann kommt das, was hier geschrieben steht. Hier steht eigentlich interessanterweise im ersten Teil nicht, wenn jemand mir nachfolgen will, sondern da steht nur, wer mir nachkommen will. Das ist ein anderes Wort, völlig anderes Wort. Und dann sagt er, der, der das will, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen, eifältigen, kindlichen Gedankengang. Der Herr Jesus macht das nämlich nicht kompliziert. Die Bibel kann, wenn jemand ehrlich und aufrichtig ist, auch ein Kind, kann es verstehen, er sagt einfach, wer ihm nachkommen will, das heißt, wer mir nach Jesus gehen will, wer wirklich ihm folgen will, sagt, da gibt es einen zentralen Punkt. Er verleugne sich selbst. Und, parallel dazu, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das heißt, das ist etwas, das muss ich tun, wenn ich morgens aufwache. Und dann sagt er, und jetzt folge mir nach. Und man hat oft Jüngerschaftsschulungen und viele Dinge gemacht und hat immer nur die Nachfolge in den Mittelpunkt gestellt. Das ist auch nicht falsch, die Nachfolge genau zu erklären. Aber der zentrale Punkt ist hier, und das ist die Bedingung, dass man überhaupt nachfolgen kann, Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich zu nehmen. Und das ist das Wesen des Evangeliums. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir leben heute in einer Zeit, in einer nachchristlichen Zeit. Wir sind heute in Deutschland und auch in Europa vielleicht das größte Heidegebiet, das es in diesem Landstrichen jemals gab. Wir sind zu Neuheiten geworden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Gemeinden aus. Man hat eine andere Zielsetzung. Man ist von den Medien geprägt. Man ist vom Zeitgeist geprägt. Und ist sich nicht mehr bewusst, dass das alte Evangelium, die Alten haben noch Lieder gesungen, vom altrauen Kreuz und Ähnlichem, dass dieses Evangelium bedeutet, als Zentrum mich zu verleugnen. Das auch bedeutet dann das Kreuz, das der Herr letztendlich geschaffen hat, nämlich das Gekreuzigtsein mit Christus. Das heißt, Galater 2,20 sagt es ganz einfach, nicht ich, Christus. Das heißt, ich werde ausgeschaltet durchs Kreuz. Also ich verleugne mich selbst, werde ausgeschaltet durchs Kreuz und tue zwar ein anderer Will. Ich folge ihm nach. Das ist Zentrum der Nachfolge. Und ohne die drei zentralen Punkte kann man dem Herr Jesus nicht nachfolgen. Und dann kommt das Zerrbild des Evangeliums zustande und dann verstehen die Leute auch nicht, was soll das Evangelium. Natürlich ist das Wichtigste, dass jemand gerettet wird, dass er Jesu Blut annimmt für sich persönlich, dass er Vergebung der Sünde hat. Aber dann das Weitere, das versandet dann oft, weil wir nämlich Selbstverleugnung gar nicht können und vielleicht noch viel wichtiger, gar nicht wollen. Das ist etwas, das ist uns zuwider. Versteht ihr? Das ist uns zuwider. Und wenn man jetzt einmal zum Beispiel in der Kirchengeschichte nachsieht, dann findet man interessante Leute. Da gab es eine Frau, die hat mich immer fasziniert, weil sie so einen seltsamen Namen hatte. War eine Schweizerin. Die hieß von Wurstenberger und war eine Adlige und war eine Frau aus hohen gesellschaftlichen Schichten. Und diese Frau hat sich radikal bekehrt, zum Beispiel Jesus. Und dann hat sie angefangen, sich selber zu verleugnen. Und ist in ihrer Umgebung nur auf Unverständnis gestoßen. Jetzt kommen wir nämlich zum Nächsten. Es kann passieren, wenn jemand dem Herr Jesus wirklich gehorsam ist, ihm nachkommen will und wirklich hingeht und sich selbst verleugnet und das Kreuz annimmt in seiner Vollwirkung, wie es die Bibel erklärt. Nicht ich, Christus. Du bist der Welt gekreuzigt. Das heißt, du bist im Fleisch gekreuzigt, dass einfach ich tot bin für die Sünde. Wenn man das alles annimmt, dann kann es sein, dass deine Umgebung vollständig mit Unverständnis reagiert. Das ist eher normal. Auch das christliche Abendland, Erführungsteil, in ihrer heutigen Ausprägung ist nicht mehr die Christenheit der Erweckung. In der Erweckung war das eher noch da. Aber wir haben keine Erweckung, wir haben den Abfall. Und diese Frau, die ist dann hingegangen, obwohl man sie dann auch verlästert hat, hat er angefangen, die Kranken zu pflegen. Sie hat angefangen, niedrigste Dienste zu tun. Und hat dann einen Mann geheiratet, der war ein gewöhnlicher Lohrgerber, ein Handwerksbursche, der umeinander gereist ist als fliegender Handwerksbursche und sich radikal bekehrt hat. Und das war dann der berühmte Weißerhausvater Dendliger. Mit ihm zusammen hat sie Arbeit aufgebaut unter letzter Verleugnung. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Wir alle haben eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit hat uns geprägt. Ich habe Leute kennengelernt im Reich Gottes, die kamen so ein bisschen aus der 68er Szene, ein bisschen rebellisch. Und das Interessante war, hinterher habe ich die 20 Jahre in der Gemeinde kennengelernt, und die waren immer noch so rebellisch. Dann hast du wieder Leute aus dem bürgerlichen Lager, die ganz konservativ sind und bestimmte ethische Vorgaben haben, sich in bestimmten Regeln benehmen. Die sind auch 20 Jahre noch so. Das heißt, irgendwo steckt das, was wir sind, von unserer Prägung her, ungeheuer in uns drin. Jetzt kommt halt das Interessante. Selbstverleugnung kann auch bedeuten, dass ich sogar das verleugnen muss, was mir gefällt. Und das ist eine der todbringendsten Eigenschaften im Reich Gottes bei den Menschen, wenn sie die Berufung von Gott, was sie Gott heißt, zu tun, verwechselt mit dem, was ihnen gefällt. Hatzenthaler, ich lese das Buch gerade mit meiner Frau zusammen, Hatzenthaler hat seine Kandidaten aufgerufen. Nicht nur, dass er ein völliger Exote war zu seiner Zeit. Er hatte den Mut, in chinesischer Kleidung zu den Chinesen zu gehen, sich eine Glatze zu rasieren, einen Zopf anzuhängen. Und er wurde von den Engländern und auch von den anderen westlichen Missionaren vollständig verachtet. Er war ein Exot. Er hat kein Geld eingesammelt. Er hat geglaubt, dass wenn Gott eine Aufgabe gibt, dass er dann auch das Geld dazu gibt. Und er hat geglaubt, dass durch Gebete arm Gottes bewegt werden kann. Und was hochinteressant ist, wenn man das nicht weiß, Georg Müller, der weise Hausvater, der ja selber aus Glauben gelebt hat und Millionen erbetet hat, war einer der Hauptfinanziers vom Hatzenthaler. Er hat ihm das Geld zugeschanzt. Und oft, wenn nichts mehr war, da hat 50 Pfund gefehlt oder 49 Pfund und er hat sich herausgestellt, schon einen Monat vorher, bevor die Not überhaupt da war, hat das jemand in England abgeschickt. Und das Geld war dann bei ihm, als es gegolter hat. Also das war ungeheuer. Und er hat einen Aufruf an seine Kandidaten gemacht. Und er hat bitter, bitter nötig Kandidaten gebraucht. Er hat nämlich gesehen, und es hat ihn unschlafen gelegt, dass Millionen von Menschen verloren gehen, weil ihnen niemand das Evangelium bringt. Und er hat dann gebetet, hat immer wieder mit Gott gekämpft, wie viele Missionare gibst du mir? Und so eine Missionsgesellschaft, die kein Geld einsammelt, die keine festen Gehälter zahlt, die war nicht so reizvoll, die nicht mit dem Zweireiher rumlauft, mit goldenen Knöpfe wie die Engländer in ihren Vertragshäfen wie Shanghai oder Hongkong, wo das angesehene Leute waren, unter Schutz vom Konsul waren, sondern die sind unter Lebensgefahr. Ohne diese, ich sag's mal, Zeichen der westlichen Macht sind sie rein und haben die Chinesen das Evangelium gebracht, unter Lebensgefahr auf. Und er hat dann ihnen Folgendes geschrieben. Ich lese mal vor, weil das hat mich doch erschüttert. Er sagt praktisch als Aufruf für die Kandidaten, damit will er die Leute holen, da sagt er, wenn sie harte Arbeit wollen und wenig Anerkennung, wenn ihnen das Lob, das sie von Gott erhalten, so wichtig ist, dass sie den Tadel der Menschen nicht fürchten, wenn sie bereit sind, ihr Zeugnis, falls nötig, mit ihrem Blut zu besiegeln und den Verlust ihrer Güter freudig hinzunehmen, das ist die Stelle in Hebräer 10, dann können sie hier, nämlich bei ihm, in dieser Mission, eine reiche Ernte einbringen und viele Sälen retten. Dann werden sie die unvergängliche Krone erlangen und ihren Herrn eins sagen hören, Recht, so. Wisst ihr, was das ist? Das ist eiskalt betrachtet ein Aufruf zur Selbstverleugnung, und zwar zur Totale. Da sagt jemand, verleugne dich vollkommen selbst, dann kannst du mit uns mitarbeiten. Wenn du das nicht tust, und wer die Geschichte kennt, da kam es zu ungeheuren Zusammenstößen. Da hat es dann Leute gehabt, die haben diese ganze Zielsetzung, diese Mission, haben sie nicht mehr akzeptiert. Und haben dann angefangen, plötzlich sich wieder westlich zu kleiden, und es kam dann zu Verfolgungen und zu schlimmsten Zuständen, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das war ein Merkmal von dieser grundsätzlichen Einstellung. Und Hudson Taylor hat das begriffen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da hat der Klipp und Klage geschrieben, du wirst hier keine Ehre bekommen, du wirst vielleicht sogar sterben müssen für das. Wissen Sie, das ist jetzt ein Gedanke, den predigen wir heute den Leuten nicht. Predigen doch die Leute und sagen, komm zu Jesus, dann darfst du dich selbst verleugnen. Komm doch zu Jesus, dann kannst du aufhören, deine Ziele, deine Hobbys zu verfolgen. Predigt das doch mal heute. Dann laufen dir die Masse davon. Aber jetzt sage ich es mal vorsichtig. Die Masse, die dann davonläuft, die ist wohlfört. Versteht ihr? Aber die, die begreifen, was mit dem Evangelium auf sich hat, sagt, dass diese kostbare Perle, der Schatz im Acker, nämlich der Herr Jesus selber, unendlich kostbar ist, wie das alles, die das begreifen, die bleiben da. Und die kommen. Kost es, was es will. Erst noch Timotheus 6, Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Dann erklärt er, die, die noch Wohlstand trachten, die reich werden wollen, die werden sich Fallstricke letztendlich beschaffen. Selbst werden sie diese Fallstricke auslösen und werden zu Fall kommen. Und jetzt sagt die Bibel hier etwas Hochinteressantes. Sie sagt praktisch, Du musst nur die Grundversorgung, dass du als Mensch anständig leben kannst, im Auge haben und der Rest, soll ich es mal hart sagen, ist zu verleugnen. Das ist ein Evangelium, das hört sich völlig anders an, als das, was man oft den Leuten predigt. Und ich sage es mal hart, wer hier beim Hudson Taylor sich auf den Aufruf hin gemeldet hat, der war echt. Und wer sich aufgrund von dem Evangelium bekehrt, der ist echt. Paulus erklärt das nochmals in Titus 2. Er greift ja die Lehre Jesu auf und präzisiert sie für die Heiden, für uns, dass wir sie auch verstehen. Und das einfach auch hier letztendlich dieses Gedankengut, das aus dem Herzen des auserwählten Volkes, von Jesus, von Messias kommt, dass der Wille Gottes ist, dass die Heide das auch verstehen, die er ganz anders gedacht hat. Er sagt hier in Titus 2, Abvers 11, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Also er zeigt ja nochmal, der Herr will alle Menschen retten, er hat das universelle Evangelium und das Blut Jesu reicht aus, um jeden zu retten. Und jetzt erklärt er, was dann passiert. Sie nimmt uns in Zucht. Da steht das Wort für pädagogisch handeln. Das heißt zu Deutsch, sie erzieht uns praktisch, damit wir die Gottlosigkeit, da sind wir noch einig, oder, dass wir die Gottlosigkeit lassen. Die offene Sünde, da sind wir einig, da sind sich die Gläubigen in der Regel einig, die offene Sünde muss gebrochen werden. Jetzt kommt aber das Nächste, und die weltlichen Begierden verleugnen. Das heißt, alles, was in der Welt hoch ist, alles, was die Welt begehrt, sagt er hier, musst du verleugnen. Und besonnen, also mit einem gesunden Menschenverstand, also nicht hirnlos, oder fanatisch, oder schwärmerisch, sondern wirklich vernünftig, und gerecht. Was heißt gerecht? Das heißt, ich bin mit Gott und Menschen in Ordnung. Das heißt gerecht. Also gerecht und gottesfürchtig. Da steht Eusebäa als, also hier ist das Verb natürlich gemeint, aber Eusebäa, die Gottesfurcht, in diesem Sinne, ist das, was die alten Bibeln mit Gottseligkeit übersetzt haben, das Wort, wo man leider im Deutschen keine saubere Definition hat, weil der Deutsche nicht kennt. Ich glaube immer noch, dass gottesfürchtig eigentlich in dem Zusammenhang mit diesem Wort am ehesten mit Fromm übersetzt werden könnte. Also das sagt jetzt ganz einfach. Du musst mit der Sünde brechen, du musst das, was die Welt dir anbietet, was in der Welt hoch ist, was da reizt, was auch mich als Mensch reizt. Wissen Sie, und der, der, der mir erzählt, dass er das nicht reizt, Bischop, sehr misstrauisch. Weil der Mensch ist so, dass er das reizt. Das muss ich verleugnen und muss mit einem gesunden Menschenverstand, mit Gott und Menschen in Ordnung, in dieser geistlichen Frömmigkeit leben, in dieser jetzigen Weltzeit. Das heißt, in dieser begrenzten Periode, bis der Herr Jesus wiederkommt, oder bis ich sterbe. Und dann sagt er, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Jetzt erklärt er und sagt, unsere große Hoffnung ist, dass er wiederkommt und dass wir bei ihm sind. Das ist diese Perle, das ist unser Schatz im Acker. Und das andere ist zweitrangig. Jetzt geht Paulus hin und sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, Seid meine Nachahmer. Da steht im griechischen Mimithai, da kommt unser Fremdwort her, Mimik. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also Paulus sagt jetzt praktisch, so wie der Herr Jesus es wollte und es uns vorgemacht hat, er übersetzt das für uns Heiden. Er stellt sich dazwischen und zeigt, wie es gemacht werden soll. Jetzt kommt eine der wirklich gravierendsten Bibelstellen. Jetzt kommen wir zum Herzstück der Nachfolge. Entschuldigung, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wem folge ich denn nach? Folge ich in dem Fall dem klassischen Christentum nach? Folge ich der Brüderbewegung nach? Folge ich der Heiligungsbewegung nach? Folge ich den Methodisten nach? Folge ich den Baptisten nach? Folge ich ethischen Regeln nach? Das Evangelium? Das ist die Frage. Aber die Bibel sagt doch, wer mir nachkommen will, wer mir nachfolgen will. Ich folge doch einmal Jesus nach und nicht irgendeiner Richtung. Verschuldung. Jetzt geht der Paulus hin und sagt etwas ganz, ganz Einfaches. Das ist so einfach. Ich lese es ab Anfang Philipper 2 von Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig, das steht wörtlich, praktisch mit einer Seele, auf das eine Bedacht seid, tut nicht aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jetzt kommen wir schon zum ganz zentralen Punkt der Selbstverleugnung. Es achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf jeder auf das des Anderen. Und jetzt erklärt er warum. Ist euch aufgefallen, dass die Bibel in 1. Petrus 2 Abvers 4 unter anderem sagt, dass wir die Tugenden Jesu Christi verkündigen sollen. Habt ihr je Predigt gehört, wo die Tugenden Jesu Christi verkündigt wurden? Wir haben so viele Eiferheit, kindliche Erweisungen, die man einfach überliest, wenn man ein vorgefestigtes theologisches System gewohnt ist. Ich sage gar nicht, dass es immer falsch ist. Ist nicht immer falsch. Aber mit diesen Systemen zerstören wir einfache Ansätze des Evangeliums. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Denn ihr Gläubigen, und er sagt jetzt, was wir tun sollen, wir sollen nichts tun aus Selbstsucht oder nicht gegen Ehrgeiz, der andere höher achten als uns selbst, eines Sinnes sei, gleiche Liebe haben, mit einer Seele aufs Gleiche bedacht sei, wir sollen Gemeinschaft des Geistes haben, sollen uns ermahnen, in dem Fall seelsorgerliche Art und Weise, da steht Parakaleo und so einen Zuspruch der Liebe in dieser Gemeinschaft haben, die durch das Blut Jesu gewirkt wird. Jetzt erklärt er das. Grund dafür ist, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Wörtlich steht da, diese Gesinnung sei in euch. Wisst ihr, damit sind wir jetzt bei einem ganz zentralen Punkt der Nachfolge Jesu. das heißt, ein Teil des echten Christentums heißt, dass wir die Dinge gleich machen wie der Herr Jesus. Das ist auch der Grund, warum ich die Evangelie lese. Ich lese doch nicht die Evangelie um 84 Mal hintereinander im Laufe der Jahre die Geschichte zu lesen, zum Beispiel Johannes 8 von der Ehebrecherin. So, das lese ich 84 Mal und nimmt dann zur Kenntnis, er ist bereit, den bußfertigen Sünder zu retten. Und damit muss ich doch bereit sein, dem bußfertigen Sünder mit Liebe zu begegnen und ihn zu retten. Ihn zum Jesus zu führen. Und er sagt ganz einfach, ihr sollt so gesünd sein, wie Jesus Christus auch war. Und jetzt erklärt er etwas, das ist von einer Dimension und da ist mir eigentlich erst klar geworden, wie vernagelt wir Menschen sind. Er sagt hier, du sollst gesünd sein, wie Jesus Christus, der, jetzt zeigt darauf, was sich das bezieht, der, als er in der Gestalt Gottes war, als nicht, wer in einen Raub festhiebt, Gott völlig gleich zu sein. Da steht Jesus, deckungsgleich, konkurrent. Ich war Mathe nicht gut. Gleichschenklige Dreieck, das habe ich begriffen, ist konkurrent. Also völlig gleich zu sein. Das heißt, der Jesus war in der Präexistenz. Es gibt ja wirklich Leute, die das leugnen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, da wäre das Beste, ihr würdet eine neue Bibel schreiben. In der Bibel steht es so klipp und klar drin, dass der Jesus präexistent war, bevor er Mensch geworden ist, beim Vater im Himmel war. Jetzt sagt die Bibel, er war sogar in der Gestalt Gottes. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott ist Geist. Das heißt, er war genauso wie der Vater Geist. Und er hat es nicht als Raub festgehalten, Gott völlig deckungsgleich zu sein. Ich muss euch das mal vorstellen. Das ist eine Person, der Sohn Gottes, der aus dem Vater geboren ist, der in der gleichen Gestalt ist wie der Vater, vollkommen deckungsgleich mit dem Vater im Himmel. Absolut. Die Bibel sagt dann später, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig, in dieser Person, in diesem Mensch, der dann Mensch wird. Jetzt sagt die Bibel, obwohl er diese Herrlichkeit hatte. Wisst ihr, da gab es zu der, in diesem Zustand, gab es keine Zeit. Da gab es keine Sünde. Da gab es noch keinen Abfall des Teufels. Da gab es gar nichts. Da war nur Herrlichkeit. Das können wir uns nicht vorstellen. Nein, sagt die Bibel, sondern, er hat es nicht krampfhaft festgehalten, so könnte man das übersetzen, diesen Zustand, sondern er äußerte sich selbst. Das heißt, er legt diese göttliche Gestalt, nicht sein Gottheit, aber die göttliche Gestalt legt er nieder. Und jetzt sagt die Bibel, er nahm die Gestalt eines Knechtes oder Sklaven an und wurde den Menschen ähnlich, oder wie die Menschen. Er war ja genauso ein Mensch wie wir, nur dass er keine Sünde hatte. Das ist der Unterschied. Jetzt müsst ihr euch das einfach vorstellen. Wenn wir uns ein bisschen selbst verleugnen müssen, wenn Gott uns einmal in eine Situation führt, wo wir uns selber verleugnen dürfen, wo zum Beispiel ist mir schon passiert, jemand sagt, aber der Karl Hermann hat ja gar keine Ahnung. Da geht es wie bei einem Hund. Ich hatte früher einen Hund. Ich war in Freude von Hunden. Und bei einem Hund ist es ganz einfach. Wenn ich den ärgerst, stellt er den Kamm. Wisst ihr, wie ihr das seht? Das ist ganz einfach. Der Rücken wird plötzlich andersfarbig. Mehr dazu ein gelber Dackel. Ein Dackelmischling. Giftigstes Vieh, das ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Ein gigantischer Hund. Wenn du den gegärgert hast, dann ist in dem gelben Fell plötzlich ein knallroter Streifen, oder knallrot, also sehr rötlich, ein Streifen auf dem Rücken erschienen. Und dann ist das Beste gewesen, du hast deine Finger weggetan. Und so ist der Mensch. Sobald du von ihm nur verlangst, dass er etwas von seiner sogar berechtigte Achtung, die ihm gebührt, ich sage es jetzt mal vorsichtig, runter geht. Ich sage jetzt gar nichts unberechtigt, sogar das berechtigt. Wenn man nur ein bisschen verlangt, dass er runter geht, dann stellen wir den Kamm wie so ein Hund. Dann kommt gleich die Kralle. Die Bibel sagt hier, der Jesus hat eine Stellung und die Bibel sagt, monogenes, der einzige Sohn Gottes, der einzige, der vom Vater aus sich heraus gezeugt wurde. Einzigartig, unvergleichlich hinein in die Ewigkeiten. Dieser Sohn Gottes legt diese herrliche Gestalt nieder, um ein Mensch zu werden wie wir. Warum? Zwei Gründe. Die Bibel sagt, weil er uns liebt. Zweiter Punkt, vielleicht noch gravierender, weil er seinem Vater im Himmel gehorsam ist. Aus diesen zwei Gründen legt er seine Gestalt nieder und wird wie ein Mensch wie wir. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein Feuerkopf. Ich reg mich ohne Ende auf. Das ist jetzt gerade gefährlich, weil ich nur ein bisschen wackelig bin, wenn ich mich jetzt aufrege, dann wird es mir schlecht von meiner Infektion her noch. Aber ich reg mich ja ohne Ende auf, wenn ich sehe, was die Welt und was die Christenheit zur Zeit Gott gegenüber tut. Wenn ich sehe, wie Gott gegenüber ins Eingesicht gelästert wird, wenn jede Sünde toleriert wird, sie wird sogar institutionalisiert, sie wird zum Standard erhoben und wie es beim Gläubigen genauso zugeht, dann reg ich mich ohne Ende auf. Was denkt ihr? Was der Herr Jesus empfunden hat, als er aus dieser Lichtswelt durch den Heiligen Geist, durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt plötzlich Mensch wurde, geboren wurde. Was seht ihr, was da passiert ist in der Tiefe? Als er plötzlich gesehen hat, er wusste es ja von seinem vorher, wie es er hat, als er plötzlich mit diesem Dreck der Sünde in Berührung kam. Über den Vater im Himmel sagt die Bibel. Er ist so rein, dass er das Böse nicht einmal ansehen kann. Aber der Jesus hat jetzt das Böse nicht nur ansehen müssen, sondern er hat es erlebt. Er hat es erlebt, ihre Art und Weise, die atemberaubend war. Der, der keine Sünde kannte, er kannte sie nicht, kommt plötzlich mit dem Sündefall, mit der reellen Auswirkung im Leben der Menschen in Berührung. Das heißt, er steckt mittendrin als vollkommen reiner, der nie Sünde hatte, im Dreck und im Sündepfuhl der Menschen. Und gleichzeitig sieht er auch, wie der Teufel diese Menschen quält. Wisst ihr, hier ist die Geschichte gelesen von der Frau, die 18 Jahre unter diesem Geisterkrankheit gebunden war, oder Schwachheit, wie man es übersetzen will. 18, 6 plus 6 plus 6, wie diese antichristlichen, teuflischen Dinge der Menschen zum Sklaven machen, zum Tier. Wisst ihr, wenn ihr mal guckt, auch Religion ist da nicht davor gefeuert. Ihr dürft nur mal gucken, was das Christentum unter den Kreuzzügen getan hat, was der Islam dann wieder später getan hat mit seinen Vernichtungsfehlkriegen. Wisst ihr, das ist auch heute ja alles noch da. Der Mensch ist, auch selbst wenn er religiös ist, ist eine Bestie. Und der Jesus steckt da mittendrin. Ich habe mir jetzt einmal angefangen, in meiner Bibel zu unterstreichen, immer wenn die Pharisäer sagen, dass sie der Jesus töten wollten. Ich habe da immer drüber gelesen. Mir fällt jetzt erst auf, wie das präsent ist. Wieder eine dauernde, brutale Haltung da ist, den wollen wir töten. die frohme Leute. Die Leute, die das mosaische Gesetz kannten, wo drinsteht, 2. Mose 20, du sollst nicht töten. Eigentlich heißt es dort Morden. Und die haben nur ein Ziel, diesen unbequemen Mann zu töten. Wisst ihr, da steckt der Jesus drin. Was glaubt ihr, was es ihn gekostet hat, das zu verleugnen? Diese Herrlichkeit, diese Lichtswelt. Und um uns zu erlösen, auszuhalten, in diesem Körper eines Menschen, das alles zu ertragen, den Menschen, die Erlösung vorzubereiten, dass sie es verstehen, bis die Stunde kam, als er das Kreuz von Golgatha musste. Und jetzt kommt das nächste, der Selbstverleugnung. Und das ist der absolute Höhepunkt. Er war der Fürst des Lebens. Er kannte den Tod nicht. Ich glaube nicht, dass wir verstehen, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Das können wir gar nicht, weil unser Hirn zu klein ist. Vielleicht dürfen wir in der Ewigkeit das einmal begreifen. Aber etwas ist klar. Allein, die Sünde war etwas so Schreckliches und Furchterregendes und Bösartiges und Dreckiges, dass von Herrn Jesus wohl eine unendliche Qual war. Wenn der Lot, der, ich sage es einmal so, doch ein kleiner Schlingel war, der getrickst hat, wenn ein Lot seine gerechte Seele gequält hat, mit dem, was in Sodom und Gomorra passiert ist, wie viel mehr der Sohn des lebendigen Gottes, der Herr Jesus, als er hier mitte in diesem Dreck war. Aber das Schlimmste kam ja noch. Als die Strafe der ganzen Sünde am Kreuz auf ihm lag, als das alles auf ihm lag, als er alle Fluch ausgelöscht hat, alles bezahlen musste, als sich das gesamte Strafgericht Gottes über die Sünde über ihm entladen hat, kam nur der entscheidende, der schlimmste Punkt, das ist der Höhepunkt der Selbstverleugnung Jesu Gewerde, wirklich gewesen, dass er stirbt. Wisst ihr, er kannte den Tod nicht. Der Fürscht des Lebens, kannte den Tod nicht und er stirbt am Kreuz vor Golgatha. Ganz erklärt die Bibel. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Das ist schon schlimm. Wisst ihr, Mensch ist was Schlimmes. Die Bibel sagt im Alten Testament, er ist wie das Vieh. Die Bibelübersetzer sind alle fromme Leute, habt ihr das gewusst? Und ich rege mich zur Zeit auf, wo die Bibelübersetzer einfach frömmer sein wollten wie Gott. Und man hat dann manche ganz brutale Aussagen einfach ein bisschen schön gemacht. Da steht zum Beispiel nicht, wie es in fast allen Bibeln drin ist, dass der Mensch an und für sich wie das Vieh ist, sondern die Bibel sagt, er ist Vieh. Er ist Vieh. Er ist bösartig. Und die Bibel sagt, er wurde in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch, erniedrigte sich selbst. Das war eine ungeheure Erniedrigung. Aber die höchste Erniedrigung und die höchste Selbstverleugnung und der höchste Gehorsam war, er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jetzt geht die Bibel hin und sagt doch was ganz Einfaches. Sie sagt, so wie der Herr Jesus seine Haltung, seine Stellung, das Wunderbare, um der Sache willen, nämlich um ihn zu erlösen, verleugnet hat, so musst du dich um das Evangeliumswille selber verleugnen. Das predigt niemand, weil du dann keine Leute kriegst. Das Problem. Ich habe schon lange durchschaut. Wir haben heute Eventgesellschaft, die ist ungeheuer. Du hast Kongresse, es gab jetzt wieder einen Kongress für führende Leute des Christentums, da kostet die Eintrittsgebühr, dass du in dem Kongress teilnehmen kannst, 500 Euro. Weißt du, was das ist? Das ist eine schallende Ohrfeige ins Angesicht Jesu Christi, von dem die Bibel sagt, er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Das ist eine Ohrfeige. Weißt du, wenn du solche Dinge hast, du bist mal bei einem strahlenden Kongress. Ich war auch schon mal bei so einer Veranstaltung eingeladen. Soll ich mal ganz ehrlich sein, wenn du dann da sitzt und alle die frommen Leute sind da und dann dann schön und redet fromm und du kriegst dein Galadiné, das ist alles herrlich, hat mir auch gefallen. Im Nachhinein, muss ich sagen, wenn man das wieder an mich herantreckt, werde ich wohl ablehnen müssen. Weißt du, du wirst auch erst im Laufe der Zeit wirst du gescheit, sagt der Schwabe, oder? Manchmal brauchst du Zeit, bis du begreifst. Aber die Bede sagt hier, der Herr Jesus geht hin und du sollst das jetzt gleich machen um das Evangelium willen. Du sollst nicht das tun, was die Welt tut. Ich bin schon in Gemeindehäuser gewesen, ob ihr das glaubt oder nicht. Da waren Säulen mit Brokatkordeln. Ich denke, es war Brokat. Ich bin natürlich stofftechnisch auch der Hinterletzte. Aber es hat mich fasziniert. Ich bin da geguckt und habe gesagt, es war wie Säulen immer Tempel und Brokatding. Es war alles wunderbar. Es ist ja alles schön und toll und es gefällt den Leuten. Und man stand im Wohlstand in wunderbare Gemeindehäuser, in Bürgerlichkeit. Man hat alles, was man will. Man bietet einem etwas. Aber irgendwo passt das alles nicht zur Selbstverleugnung. auch manche Lehre der Christenheit sind reine Lehre des Wohlstandes. Ich habe jetzt eine Botschaft gehört von einem indischen Pastor. Da sagt die Lehre, dass dir nichts mehr passiert als Gläubiger und dass bevor das Geringste passiert, du entdrückt wirst. Er sagt, das habe ich nicht gewusst. Obwohl ich mich mit China viel beschäftigt habe, mit Hatzentälern und da watcht man nie. Er sagt, es hat der kleine Herde der Christenheit in China das Genick gebrochen, als die Verfolgung kam. Er sagt, die waren auf alles vorbereitet, nur nicht, dass die Kommunisten die Macht übernehmen konntet. Die waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Verfolgung. Sondern die Angst habe ich für uns, dass wir auf alles vorbereitet sind, nur nicht, dass wir hier reingehen bis zum Hals und dass was ganz anderes kommt, als wir glauben. Und dass vielleicht diese Frage, die hier der Philippobrief ja aufwirft, nämlich, dass wir uns selbst verleugnen müssen bis zum Tod, dass das letztendlich etwas ist, das noch einmal eine zentrale Rolle in der Endzeit spielen kann. Wenn ich das lese vom Hatzentäler, dann begreife ich das und ihr wisst ja, dass das wirklich passiert ist. Es gab in China Mystiker, okkulte Leute. Das war der Boxeraufstand. Die waren für eine Frau, für eine Kaiserin, für ein Dorwager, von der man sagte, dass sie ein leibhaftiger Dämon sei, also eine furchtbare Frau, ich sage es mal in meinen Worten, die hat die angehetzt und diese Boxer, die haben sich in eine Kstase gebracht. Wenn du Bilder von den Leuten siehst, weißt du sofort, was los ist. Du musst nur das Bild angucken. Die sind vollkommen außer Kontrolle und diese Leute hat der Teufel dann auf die Gläubige gehetzt. Und das war eines der Hauptprobleme der Verfolgung, dass diese Boxer, dass diese Boxer auf die Missionare auf der Hudson Taylor losgegangen sind. Ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, wie viele gestorben sind, aber hier haben viele, denen er hier geschrieben hat, wenn ihr hier hingeht, müsst ihr bereit sein, euch selbst zu verleugnen bis zum Tod, bis dass ihr euer Blut vergisst. Die haben es vergossen. Teilweise schwangere Frau, man kann sich das nicht vorstellen. Und er sagt hier, das ist eigentlich das, was Gott will. Eine Gesinnung wie der Herr Jesus. Das heißt, die Bereitschaft, das müssen wir uns aber hier vorsichtig bewegen. Das ist ein gefährliches Gebiet. Man kann jetzt aus einer überzogenen religiösen Ader das suchen, obwohl es Gott noch nicht will. Das ist falsch. Sondern die Bibel sagt, du sollst nur so gesinnt sein. Du sollst es selber nicht herbeiführen. Wenn Gott dir das schickt, dann ist was ganz anderes. Du darfst jetzt aber nicht in einem Anflug vor Überfrömmigkeit das noch provozieren. Wir haben Geschwister aus dem Osten gesagt, haben gesagt, Karl Lohrmann, glaub nicht alles, was unsere Geschwister aus dem Osten von der Verfolgung erzählen. Hört sich jetzt vielleicht brutal an. Wir haben die mir erklärt, haben gesagt, ein Teil der Verfolgung wäre nicht geschehen, wenn die sich normal verhalten hätten. Das sagt, ein Teil davor hat in dieser krankhaften Sucht, jetzt Märtyrer zu werden oder für das Evangelium zu leiden, haben sie die anderen provoziert. Das ist passiert. Es hat doch gereicht, wenn die nachher in ihrer Bösartigkeit die Gläubige sowieso verfolgen. Natürlich war ein Großteil bösartigste Verfolgung. Das ist unstrittig. Aber ein Teil davor wurde provoziert. Jetzt sagt die Bibel hier nicht, ich soll es suchen, sondern ich soll nur so gesinnt sein. Ich soll innerlich einfach diese Haltung haben. Und da gehört wirklich dazu, der Harald hat es uns gelesen, zuerst noch ein Recht Gottes zu trachten. Wir hatten in unserem ersten Kreis, in diesem K5, hatten wir Leute, die waren ja jung, haben dann angefangen, ihre Karriere zu machen. Und dann ist die Gemeinde hier gegründet. Und in diesen ganzen Phasen gab es Leute, die haben dann gesagt, wir ziehen weg und gehen woanders gehen, da haben wir bessere Aufstiegschancen beruflich. Da waren wir Brüder so freut, zu ihnen zu sagen, nein, du kannst nicht weggehen. Warum nicht? Weil du hier gebraucht wirst fürs Recht Gottes. Das ist ein Stück Selbstverleugnung. Du kannst jetzt nicht deine Karriere suchen. Hier brauchen wir dich. Mach das heute mal. Ist doch kein Problem. Dann gehen wir nur ein paar Kilometer weiter, da wo man einen machen lässt, was man will. Versteht ihr? Ist überhaupt kein Problem. Kann man Ruckzuck haben. Das sind Dinge, wo man sich heute gar nicht mehr getraut, sie zu tun. Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, im Laufe der Jahre diese konsequente Haltung, auch in diesen Dingen, die gibst du im Laufe der Zeit auf, wenn alle anderen um dich rum das Gleiche tun. Ist eigentlich schockierend. Von daher bin ich dem Herrn unendlich dankbar, dass ich jetzt so lange Zeit flach lag und krank war. Du brauchst das manchmal, dass dein Hirn ausluftet. Begreift. Dass auch die frommen Schatten rausgehen und dass man wieder zur Quelle zurückkehrt. Und eine der Quellen ist Selbstverleugnung. Und hier haben wir etwas Matthäus 16,24. Der Herr Jesus hat das immer wieder schön formuliert. Man muss das nur ernst nehmen. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich über manche Bibelstelle drüber lese. Er sagt hier, da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, also wieder die gleiche Zielsetzung, wie Lukas 9. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist also die Grundhaltung. Wer sein Leben retten will. Da haben wir dann gesagt, das ist Martyrium. Das steht ganz richtig. Das steht im griechischen Psyche. Das heißt, wer sein Seelenleben retten will. Das kann auch der Tod bedeuten. Kann aber nur bedeuten, dass du deine Ziele aufgeben musst. Dass du nicht das machen darfst, was dir gefällt. Auch im frommen Lager nicht machen darfst, was dir gefällt. Wer sein Seelenleben retten will, jetzt sagt der Jesus ganz klar, der wird es verlieren. Wenn du dich krankhaft an diese seelischen Dinge klammerst, wirst du verlieren. Ich sage es mal so, in meinen Worten, es geht schief. Wer aber sein Seelenleben verliert, wenn du bereit bist, dich selbst zu verleugnen, das mal Jesus auf den Altar zu legen, das Kreuz auf sich zu nehmen, um meinetwillen, sagt der Jesus, das ist der Unterschied. Nicht um Einflusswille, nicht um ein besonders frommer zu sein, sondern um seinetwillen. Weil ich nämlich genau gleich gesinnt bin wie er, der wird es finden. Und dann sagt der Jesus, klipp und klar, was nützt dir, wenn du alles gewinnscht, alles aussehe dieser Welt und alles wunderbar ist und schönes Leben hast und am Schluss verlierst du dein Seelenleben. Das heißt, du gehst zugrunde geistlich. Jetzt kommt ein Punkt, da können wir sagen, also gut, ich verstehe das. Ich muss bereit sein, ich muss nur bereit sein, nur so gesinnt sein, wenn der Herr es fordert, mich zu verleugnen. Ich muss es nicht per System tun. Wieso gibt es dann Leute, die haben dann angefangen, ich habe dann Frauen kennengelernt, die haben aus Frömmigkeit eine bestimmte Tracht getragen, selbst in Eiseskälte, wo man einfach bestimmte fromme Kleidungsstücke angezogen hat und geglaubt hat, das ist jetzt der Ausdruck der Frömmigkeit. Das ist genauso falsch. Wenn der Herr sagt, ich soll mich verleugnen, dann soll ich mich verleugnen. Das ist manchmal so, wenn du nicht selber bereit bist zu verleugnen, dann schafft der Herr das, dass du dich verleugnen musst. Ich habe zum Beispiel erlebt, der Herr hat das mal bei mir so gemacht, dass es mir der Motor zerrissen hat, wo ich zum Dienst musste. Im Nachhinein ein wichtiges Erlebnis. Aber als ich dann mit den Brüdern wieder in Kontakt kam, dann haben sie mich verspottet. Da haben sie gesagt, Karl Hermann, wenn ländst du es endlich, dass man mit so einer alten Kiste nicht mehr rumfährt. Ich fahre mit dir immer noch rum, könnt ihr euch das vorstellen. Aber ihr begreift, das Denken ist hier einfach geprägt von der Wohlstandsgesellschaft. Das Denken ist geprägt von Konventionen. Wie macht man es denn? Was ist denn bürgerlich? Was ist denn richtig? Da fragt man gar nicht, warum machst du das? Was hast du für Gründe? Was hast du für Ziele? Was willst du? Was ist geistlich richtig? Das fragt man alles gar nicht. Sondern man lässt sich hier letztendlich von den Dingen dieser Welt blenden. Da gehört genauso der Versammlungssaal dazu. Habt ihr Jakobusbrief gelesen? Er sagt, vielleicht kriegst du einen Stuhl. Wenn nicht, dann stellt man dir einen Schemel hinterhin. Versteht? Die Schönheit des Versammlungssaales ist wurscht. Wenn wir echt sind, dann können wir uns auch im Wald versammeln. Das ist die eine Seite. Diese, ich sage es einmal so, oft bittere Art, wo man das eigene Ich in den Tod geben muss. Jetzt behaupte ich einfach etwas, du kannst es nicht und ich kann es zweimal nicht. Wir können das von Natur aus nicht. Das ist nicht drin in uns. In unserem Fleisch ist genau das Gegenteil drin. Man will immer angesehen sein. Man will immer, dass jemand vor ihm drausläuft und mit dem Weihrauch, ihr versteht was ich meine, räuchert. Der Jesus sagt doch nicht umsonst. Wie könnt ihr glauben, die ihr eigene Ehre sucht? Wer eigene Ehre sucht, kann nicht Gott dienen. Ausgeschlossen. Hätten wir nicht das Kreuz, Römer 6, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, hätte ich keine Chance. Das hat der Herr so einfach gemacht, dass dieses vollkommene Opfer wirkt, sobald ich mich selber verleugnen muss und die Kraft nicht dazu habe, darf ich nur im Glauben kommen und bitte, und eigentlich brauche ich einmal bitte, ich darf es nur annehmen, dass ich mit Christus gekreuzigt bin und ich habe sofort die Kraft zum Verleugnen. Wisst ihr, ein Verleugner heißt einfach nicht ich, Christus. Kreuz heißt, streicht meine Pläne durch. Es geht halt nicht immer, wie ich will. Wisst ihr, ich sage euch ganz ehrlich, wenn es immer ging, wie ich will, wisst ihr, wer dann zufrieden wäre? Ich. Wisst ihr, wer aber nicht zufrieden wäre? Das ist auch sicher. Gott. weil er manchmal ganz andere Pläne hat wie ich. Also ist es richtig, dass meine Pläne durchkreuzt werden? Das muss ich lernen. Und jetzt kommt der Punkt, wo man etwas tun muss, das einem zu widrisch ohne Ende. 2. Timotheus 2, 24, ich lese schon ab 23. Die törichtigen und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass es nur Streit erzeugt. Es gibt Streitfragen lehrmäßig, das ist sinnlos zu diskutieren. Wenn zu mir jemand sagt, der Jesus war nicht präexistent, dann ist er erst geboren worden in Bethlehem, dann muss ich sagen, Entschuldigung, dann stand die Bibel, wie ich, ich streite mit dir nicht, wenn du das 50 oder 100 Mal gelesen hast, ich schreibe dir die 5 Stellen auf, wo das eindeutig lehren, dann können wir wieder reden, aber ich streite mit dir nicht. Aber jetzt erklärt er was und sagt, ein Knecht, da steht, Dulos, der Sklave, ein Knecht oder Sklave, der Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Wisst ihr, ich habe Gemeinde kennengelernt, da war die Todsünde, dass du etwas gegen den Ältesten gesagt hast. Todsünde. Da bist du aus der Gemeinde ausgeschlossen worden, wenn du etwas gegen die Ältesten gesagt hast. Ich habe jetzt wieder seelsorgerlich Leute, die mir das gleiche berichtet und die wissen nicht, was sie tun sollen. Es ist eigentlich so, die Bibel sagt, wenn jemand geistlich ist, ein wirklicher Sklave Jesu Christi, wirklich Gott dient, dann ist er milde gegen jedermann. Er ist fähig zu lehren, er muss sich in der Bibel gut auskennen und muss wissen, was wirklich von Gott her dran ist. Er muss bereit sein, Bosheiten zu ertragen. Kennt ihr das? Wenn man dich stichelt, Bosheiten. Das ist oft so, dass man nichts hat, wo man dir eine wirklich reinhauen kann, dann macht man so Bosheitensticheleien. Und er soll mit Sanftmut die Widerspensstücken zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit. Sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Ein Stück Selbstverleugnung ist auch im Reiche Gottes, dass man nicht schematisch, hart mit Gemeindezucht und ähnlichem reagiert. Wisst ihr, Gemeindezucht ist nur dafür da, zeige ich es einmal ganz deutlich. Wenn jetzt jemand, das ist uns zweimal passiert, jemand in, beides Leute aus der Pfingstbewegung, muss ich jetzt dazu sagen, leider, die zu uns gekommen sind, sind in Ehebruch gefallen. Und du ermahnst sie und sagst, hör auf mit dem Ehebruch. Das ist immer der erste Schritt. Persönlich, Auge in Auge, hör auf mit dieser Sünde. Und sie hören nicht auf oder leugnen es. Und es ist erwiesen, es ist sicher, dann musst du sie unter Gemeindezucht stellen. Das ist unverstrittig. Aber du musst niemanden unter Gemeindezucht stellen, der dich ärgert. Versteht ihr? Die Bibel sagt, da musst du milde sein, das musst du ertragen. Selbstverleugnung heißt, ertragen. Ich muss es ertragen, ich könnte euch den Namen sagen. Ein namhafter Evangelist, weil unsere Leute hinspringen, um ihn zu hören, da sagt der Karl Hermann, leugne die Gnade. Oh. Du musst geschwätz. Da geht es darum, dass ich sage, das Heil ist verlierbar, und er sagt, das Heil ist nicht verlierbar. Weil ich nichts gleiche habe, wie er lehrmäßig, leugne ich die Gnade. Wisst ihr, wenn ich jetzt auf diese Dinge provokativ dauernd reagiere, und dauernd mich letztendlich hier oute, und immer dagegen schlage, dann bin ich den ganzen Tag nur am Kämpfen. Die Bibel sagt, du als Knecht des Herrn musst milde sein. Du musst das ertragen. Du musst auch ertragen, wenn jemand böse zu dir ist. Das ist eine eigene Gemeinde. Das musst du ertragen. Du musst mit Sanftmut versuchen, das hinzukriegen. Letztendlich muss es Gott tun, wenn sie so dem Teufel in eine Falle gegangen sind. Und das ist schon eine Form von Selbstverleugnung, die man nicht gern macht. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Auch Verantwortlichkeit ihrer Gemeinde kann zur Sünde werden, indem man das als Macht auffasst. Ihr versteht? Wenn man das als Macht auffasst. Die Bibel sagt, du sollst als Vorbild dienen. Und was ist jetzt, das ist mir schon, nicht nur, meine Frau hat mir schon gesagt, sie sagt mir immer, was sie mir auf den Grabstein schreibt. Ich glaube sogar, dass das funktioniert, weil ich glaube, dass sie länger lebt wie ich. Aber unabhängig davon. Es ist einfach so, wenn du siehst, du bringst bestimmte Opfer, bis ein Rand der Selbstverleugnung, bis zum Zerbruch. Und dann kommt plötzlich eine Phase, wo du vielleicht nicht mehr kannst, wo du gesundheitlich nicht kannst, körperlich nicht kannst, menschlich nicht kannst, seelisch nicht kannst, wo es einfach nicht mehr so funktioniert. Und das ist das Bitterste. Und da kommt dann die Selbstverleugnung, wenn du dann merkst, du wirst dann dumm angeredet, oder dumm angesehen, oder wirst gar verspottet, kenne ich. Es tut dann weh, bis aufs Blut. Aber die Bibel sagt, dann darfst du nicht hingehen und um dich hauen, sondern, sie sagt, du musst dich dann selbst verleugnen. Du musst sagen, Herr, wissen Sie, was ich schon oft gebetet habe, am Anfang ging es mir nicht über die Lippen. Es hat mir fast innerlich etwas abgedreht, bis es rauskam. Und dann war mir klar, wenn du echt sein willst, musst du es tun. Dann habe ich angefangen zu beten, habe gesagt, Herr, wenn du denjenigen das geheißen hast, dann ist es in Ordnung. Simei. Kennt ihr? David hat gesagt, wenn der Herr ihn geheißen hat, dann darf er es. Dass ich sage, wenn der andere mich schmäht, dann darf er es, wenn der Herr ihn geheißen hat. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Selbstverleugnung hat mit dem zu tun, was zwischen mir und dem Herr Jesus ist. Nicht mit dem, was zwischen mir und dem Menschen läuft. Sondern es ist immer eine Sache zwischen mir und ihm. Ich muss immer zwischen mir und ihm regeln. Und wenn er dann ganz klar die Weisung gibt, wie ich reagieren soll, weil ich folge ja dem Lame nach und nicht dem Menschen, dann mache ich auch keinen Fehler. Und dann ertrage ich die Selbstverleugnung. Gefährlich wird es, wenn man die Selbstverleugnung beginnt zu gefallen. Dann wird es gefährlich. Dann ist die Gefahr, dass die Religion einsetzt. Ihr versteht. Selbstverleugnung ist immer Verleugnung. Ist immer bitter. Tut immer weh. Natürlich ist hier auch eine Grenze. Auch in dieser Duldsamkeit. Das, was ich vorher sagte, in 1. Korinther 5, Vers 13, wo Paulus sagt, Vers 13, die außerhalb der Gemeinde sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Es gibt Dinge, da musst du Gemeindezucht über. Ihr begreift. Weil andere angesteckt werden durch Sünde. Aber im Großteil musst du dich selber verleugnen. Noch mal eine Geschichte von Hatzentäler, die mich tief erschüttert hat. Ein Stück Selbstverleugnung. Und da gehört es dazu, was die Bibel in Johannes 4, 44 sagt. Der Prophet gilt im eigenen Land nichts. Du bist in der Regel immer in der eigenen Reihe schlechter ergesehen wie auswärts. Das war beim Hatzentäler genauso. Und da war folgendes. Drei Leute haben aufbegehrt, einer hat Nicole geheißen, und zwei Schwestern, MacLean, die haben aufgebegehrt gegen Hatzentäler, gegen die gesamte Mission, und gegen diese Linie. Obwohl sie klar versprochen hatten, wir gehen diesen Weg. Sie haben aufbegehrt. Und dann ist etwas passiert. Dann kam Krankheit. Und Hatzentäler und seine Frau Maria hatten ein wunderschönes Kind. Die hieß Grace, Gnade. Ich habe ein Bild von der daheim. Das ist ein wunderschönes Mädchen. Und dieses wunderschöne Mädchen wird krank und kämpft auf Leben und Tod. Und derselbe Zeit, und Hatzentäler war ja, er hat keinen Doktor gehabt und war aber ausgebildeter Arzt. Er hat alles inoffiziell. Und dann wird eine dieser Schwestern, MacLean, krank. Und jetzt beginnt der Kampf in seinem Herzen. Ich, der Leiter der Mission, hier mein Kind. Zu wem gehe ich? Und er ringt sich unter größten Kämpfen durch und geht zu der Schwester, die ihm nur Ärger macht. Und das Wunder geschieht, die Schwester wird gesund. Wer nicht gesund wird, ist die Grace, die stirbt. Und als dann das Kind stirbt, macht diese Frau, diese Schwester, Hatzentäler vorwürfe, man hätte sich nicht genügend um sie gekümmert. Und jetzt setzt Selbstverleugnung an. Ihr versteht. Jetzt fängt es an. Jetzt kann man zeigen, was wirklich im Herzen drin ist. Bin ich gesünd, wie Jesus Christus auch war, wenn ich so in einer Krisensituation bin? Offenbarung 14,4. Sie folgt dem Namen, wohin es geht. Tue ich das dann? Suche ich eigene Ehre oder bloß die Ehre dessen, der hier letztendlich mich in Zucht nimmt und mich lehrt, mich selbst zu verleugnen? Ist es so, dass ich mit dem Kreuz Christi, dem Resch gekreuzigt bin und nur noch ihm folge? Ihr könnt auch nochmal Lukas 14, Abvers 25 lesen. Da kommt es nochmals, wo der Herr Jesus das so deutlich sagt, wo er hier nochmal den Leuten das eintrichtert. Ich lese ab 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Seelenleben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Dann sagt er, du musst die Kosten berechnen. Und dann dreht er sich. So kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allen Menschen sagt, was er hat. Jetzt guckt Philippus 3, was sagt der Paulus? Ich habe alles für Dreck geachtet. Wisst ihr, was das war? Römisches Bürgerrecht, theologische Ausbildung als Pharisäer, angesehene Stellung in dieser Welt, im Judetum, gigantisch. Der war ein Starr in gewisser Weise, ein aufstrebender Starr. Und da sagt er, ich habe alles für Dreck geachtet, um Jesus zu gewinnen, um ihm zu folgen, gesinnt zu sein wie er. Es gibt ein Problem. Ich möchte es zum Schluss nur noch unzweideutig in den Raum stellen. Die Lehre vom unfreien Willen des Menschen ist einem vom größten Unsinn, was ich je gehört habe. Dass der Mensch in seiner Sünde in der Natur nicht fähig ist, letztendlich bestimmte Dinge zu tun, da sind wir einig. Und dass, wenn der Herr Jesus durch den Heiligen Geist nicht in meinem Herzen arbeitet, kann ich auch nicht gerettet werden. Da sind wir einig. Aber dass ich ein unfreier Wille hätte und nicht tun kann, was ich will, wenn Gott mich erredet, das ist Unsinn. Und die Bibel sagt in Lukas 9, 23, Wenn jemand mir nachkommen will, ist das Problem. Will ich ihm nachkommen? Wenn ich will, sagt die Bibel, wenn du wirklich willst, dann musst du verleugnen, dein Kreuz auf sich nehmen und in die Nachfolge eintreten, dann musst du dein Seelenleben und Preis geben. Wenn du willst. Früher hätte ich gefragt, willst du? Frage ich heute nicht mehr. Heute frage ich anders. Heute frage ich, will ich, will ich nachfolgen? Bin ich bereit zu verleugnen? Bin ich bereit, wenn er es will, nicht generell als fromme Haltung, sondern wenn er es will, bin ich bereit, wirklich zu verleugnen? Was denkt ihr, was in der Seele von Hartzendtäler passiert ist, als sein Kind stirbt und dann kommt diese undankbare Missionarin und sagt, mir hat man nicht genügend Aufmerksamkeit geschehen. Kennt ihr das? Kenne ich alles. Dann kommt Selbstverleugnung. Und dann kommt wieder das Nächste, was einmal der Christlieb zum Wilhelm Busch gesagt hat, wenn du das alles kennenlernst, wenn du die Menschen kennenlernst, werde kein Menschen verächtert. Das ist das nächste Problem. Selbstverleugnung heißt, ich verachte die Menschen nicht. Ich verleugne mich selber, weil es die Wesensart Jesu ist. Das heißt, Nachfolge, dem Lamm zu folgen, wohin es geht, heißt Nachfolge im Sinne von Selbstverleugnen. Vielleicht versuche ich sogar bei der nächsten Ausgabe der Schlachterbibel im Glossar den Punkt der Selbstverleugnung reinzumachen. Das wäre doch nicht schlecht. Aber die echte Selbstverleugnung läuft zwischen mir und ihm. Begreife ich Philipper 2, was er verleugnet hat. Und wenn ich das in der Tiefe begreife, dann sehe ich plötzlich, dass meine Verleugnung eigentlich gar nichts ist. Es ist ja nur ein Klacks. Es ist ja nichts Besonderes. Um Jesu Wille, ein bisschen vom hohen Ross runter, wo ist das Problem? Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, es ist für uns unfassbar, was geschehen ist, als du diese himmlische Welt, diese Lichtwelt des Vaters verlassen hattest. Wir können da auch nicht verstehen, was es heißt, dass du in der Gestalt Gottes warst, wie der Vater Geist, dass es auch keine Zeit gab, dass es ohne jede Spur von Bösem, von Finsternis war, diese Herrlichkeit, dass du bereit warst, um uns elende, dreckige Geschöpfe zu erlösen, dass du bereit warst, in den Schmutz der Sünde zu gehen, deine göttliche Gestalt niederzulegen, nicht dein Wesen und Mensch zu werden, wie wir, um uns aus dem Griff des Teufels zu befreien, was es für dich bedeutet hat, bis zum Schluss am Kreuz auszuharren und auch den Tod zu erleben. Und wenn du uns doch der Paulus sagen lässt, seid gesinnt, wie ich war, dann gib uns einfach Gnade, dass wir beginnen, diese Dinge zu verstehen, sie zu durchdenken und sie wirklich zu tun. und beginne dir wirklich nachzufolgen, auf das du verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Amen.